Hallo, hier ist wieder euer Hexler, der Henker. Heute gab es einen neuen Waffenskin und den wollte ich euch auch gar nicht lange vorenthalten. Den findet ihr im Handelsposten. Dieser Skin ist für Äxte. Das ist der Skin für Teufels zerfetzende Axt. Da musste ich nicht lange zögern, die habe ich mir auch sofort gekauft. Die will ich euch aber auch ein bisschen näher zeigen. Erstmal hier in der Vorschau. Sehr schön gestaltend. Eine rote Klinge mit einem Drachenkopf. Und hier unten hat man auch noch Zacken, also Dorn. Die Kampfanimation und wenn man läuft, ist sehr schön. Man hinterlässt mich einen roten Schleier. Wie man hier sehen kann. Auch beim Kämpfen. Der Wurf ist ein ganz normaler. Also die Waffe fliegt ziemlich nicht gerade. Nicht so wie beim Frostfang, der in den Bogen fliegt. Aber eben sehr, sehr schön gemacht. Ja, und das war es auch schon gewesen. Gibt es jetzt für 600 Edelsteine. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Axt, falls ihr euch auch zulegen solltet, den Skin. Ich bin euer Hexter Denker. Macht es gut. Ciao.